Wir sind an unserem Kibbutz in Margan angekommen. Das Kibbutz liegt direkt am See Genezareth. Heute Morgen sind wir losgefahren, hatten einen wunderbaren Gottesdienst in Gadara, da wo die Schweine ins Meer gelaufen sind. Wir sind dann hochgefahren auf die Golanhöhe und hatten dort das Thema, wie Saulus zu Paulus wurde, auf dem Weg nach Damaskus. Und direkt an der syrischen Grenze. Und es war wirklich Gegenwart Gottes da. Ja, und der Saulus, der hatte eine Begegnung mit Jesus und eine Offenbarung, die wirklich sein Leben verändert hat. Und solche Offenbarungen brauchen auch wir in unserem Leben. Offenbarungen aus dem Wort Gottes, die unser Leben verändern. Und das ist wunderbar, dass wir das auch hier erleben dürfen, hier in Israel, wo Jesus gewandelt ist und wo wir mit dem Wort Gottes unterwegs sind. Und ja, wir hatten gerade hier ein wunderbares Picknick und die Gruppe fühlt sich richtig wohl. Und wir werden morgen aufs Boot gehen und dann melden wir uns wieder. Also bis bald! Bis bald!